Hallo und Willkommen zurück zu neuen Part von Path of Exile Den letzten Liederaufnahmesession Den letzten, hoffen wir es mal What the fuck? Ja, viel vielleicht zu nervig Das soll ich mal was Neues einfallen, wie? Keine Ahnung Lass uns mal was Neues einfallen Wie? Ich dachte, der zuerst so irgendwie so an die Spielekonsole Ich weiß auch nicht, wieso Kommt's auf Gedanken, die kommt niemand Alter, nein, lass mich in Frieden Boah, scheiße, tot Ja, ich war auch tot und so Ja, ein bisschen tot Die Frage ist jetzt, äh, schön, wir haben kein Portal gemacht, ne? Doch, du hast es Portal gemacht, ich geh jetzt schnell durch Ja, ich bin der Geilste, ne? Ja, du bist der Schattbeschissenste Warte mal, wir setzen dann gleich mal da oben Neues Ja, ja, gehen wir erstmal aber da hoch Ja, äh, du hast den Gegner gesehen Ist sein Problem nicht meins Ja, genau, 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 wir reden drüber, wenn du mal wieder tut, bist im Portal Ja, da muss ich jetzt Ja, da muss ich jetzt Ey, oben ist, ähm, was mit der Quest Zum Ausrufe zeigen, könnte sein, dass das ist Ja, kann gut möglich sein Das wäre aber dann ziemlich scheiße, weil es wäre der letzte Part wäre und es waren dann nur ein paar Minuten dann Ja, denkst du, der Quest wäre es dann vorbei? Ja, wir müssen es dem Typ noch geben, so viel ist klar Ja, also, ähm, noch ein bisschen länger als ein paar Minuten Nein, da will der mich Alter, hat er mein Leben weggemacht hier So, jetzt gibt's Das Portal jetzt von dir, oder? Ja, das ist von mir Oh, was für dich Ganz beides schon Aber ich hab schon zu viel Unsinn hier Ja, dann Ne, warte mal, dann geh ich durch das Portal verkaufen Komm gleich wieder Und, äh, wenn du noch was hast, dann verkauf ich das auch fix Willst du was haben zum Verkaufen? Ich hab grad noch voll Ich komm gleich wieder So, weg, weg Den muss ich identifizieren Weg, 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 weg Weg Weg, äh, accept Brauchst du einen Ring, mit dem dir ein bisschen Mana gibt und mehr Energieschild und mehr Feuerresistenz? Hm, warte mal, muss ich gleich mal nachschauen Ein Ring Ich hab ja ein Ring mit Maximum Armor plus 8 Intelligenz und 30, äh, Blitzresistenz Fährt sich Maximum Lauf Ne, denk ich mal nicht Okay, gut Blö Ja, nichts Neues Dass ich mal was hab, was, äh, brauchen könntest Und du lehnst ab Ja, ja So Genug getan und gesagt Schmeiß alle draus Alter, was hier alles rumliegt, das ist ja der Hammer Ich weiß Das sind noch blaue Sachen, die nehm ich mit Ja, schmeiß einfach raus Ich, ich hol mir das schon Die Axt willst du auch verkaufen? Nimm's einfach mal mit, würde ich sagen Ey, durch diese Scheiß Scheiße Mein Inventar ist schon wieder fast, äh, schon wieder voll Ja Fuck, äh, also nochmal verkaufen Identifizierst du das alles oder tust du das rein so verkaufen? Ich tue es eigentlich identifizieren Aber, ja Okay So Den Rest verkauf ich dann nachher Also ich nehme Gut, dann gehen wir mal jetzt hoch zu dem Äh Hier ist es So Schmeiß halt in die Truhe erstmal oder so Wenn's nicht verkauft Ja Ja, 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 ja Gut, dann geht es jetzt auf zu dem Ausrufezeichen So Gehen wir mal hierhin Und anklingen Cheaters Plum Bring items to Fat Rift Das ist doch der im Sun Encampment Ja, genau, das ist ganz am Anfang Ja gut, dann gehen wir rein Ganz am Anfang So Gut, dann geh ich mal zurück Also das ist extra auf mich ge- Och, komm Extra gewartet Fairgraves ist, wenn du ganz hoch ge- Nee Entschuldigung, nein, doch nicht Ich bin doch bei der unten da Ah, der echt da unten? Nee, das ist Fairgraves, wo war denn der? Es gab den hier, der war hier in nem Lager Önlich Echt? Ah Ähm Path of Exide Quests Nee, bei den Docks wird er angezeigt Ist es denn der eine Schiffsführer, der uns erst verraten hat? Wie bei den Docks wird er angezeigt? Ah lol, hier? Ja Ja, warum gehen wir da nicht zu den Docks? Äh, mein Gott Genau, gehen wir zu den Docks Ich hab die Stopp-Uhr nicht gestellt Nicht wirklich Fuck Ach Dann gehen Machen wir jetzt so lang, bis wir zu dem gehen und schauen dann weiter Ja, danach ist eh Feierabend Ja, siehste Soweit ich das noch in Erinnerung hab Ist der jetzt gleich hier? Ja, ja, der ist da unten Ist er gleich, cool Ah, stimmt Das war Captain, Captain, verraten sie mich nicht Ja, Captain, Captain, verraten sie mich nicht Fagraves, die alte Sau, ey Ah, die kümmert sich schon drum Jo, nö, 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 nö Hey, Feierabend, du alte Sau Schau Will du Okay, was kann man nehmen? Ruby Flask Das ist alles unidentifiziert Mann hat ja schlechte Ware Oh, ich nehme das einfach Okay Jo Ah, ist er befreit Gut, das war's dann Sind wir fertig, oder? Das war's Ja Das sind alle restlichen Quests Guck nochmal Hab ich da eingegeben, Quests? Nicht Quest Rewards, Quests Ja, ich geh mal zurück in die Big City Your Son Encampment Ja, das war's Ja, das war's Tatsächlich Ähm Google nochmal kurz Ist da jetzt schon wirklich irgendwas bekannt? Über den vierten Akt? Mhm Nö, also mir nicht Ähm Puckrad nur Ein bisschen umher noch Ja, Fragen, die man vielleicht noch klären kann Hm Naja, ansonsten Fazit zum Projekt Hat Spaß gemacht Hat mir schon Kurzes Fazit Hat Spaß gemacht Fertig Aber eigentlich alles schon zugesagt Also ich mein Jetzt, jetzt kamen halt nur noch die restlichen Quests Ähm Okay Also dann, Leute Jetzt wartet kurz Warte Ja, dann schauen du nochmal Ähm There you go. Und ansonsten hab ich hier noch exiled.eu Steht hier noch? Steht hier noch irgendwas Interessantes? Wähler neu... ja... nö Akt 4 kommt auf jeden Fall, ihr wisst ja Bescheid, wir tun das, wenn es soweit ist Mal zocken, je nachdem vom Zeitplan her Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play Gut, bis zum nächsten Let's Play, Leute Habt Spaß und ciao Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020